Ivo Sasek und sein internationales Mitarbeiterteam setzten am internationalen Freundestreffen 2023 neue Maßstäbe. Und jetzt können Sie daran teilhaben. Wenn sich tausende Freunde aus über 46 Ländern ins Webcam-Stadion einschalten, spürt man eine unvergleichliche Kraft, Energie und neuen Mut. Gemeinsam können wir Frieden auf dieser Welt schaffen. Die Menschenfeinde, ob jetzt Sichtbare oder Unsichtbare, zielen ausschließlich darauf ab, uns den Mut zu nehmen. Dass Leute den Mut verlieren, jetzt kann man eh nichts mehr machen. Du brauchst Glauben, ja? Glaube erst für möglich halten und durchsetzen und verwirklichen. Kla.TV präsentiert den Filmmitschnitt dieses unvergesslichen Tages. Simultan übersetzt in zehn Sprachen. Ivo Saseks Rede wird von einem Musikprogramm abgerundet, das jeden Geschmack begeistert. Kla.TV präsentiert den Filmmitschnitt. Kla.TV präsentiert den Filmmitschnitt. Kla.TV präsentiert den Filmmitschnitt. Vor allem voran aber sind wir verbindlich geworden mit diesem wirksamen Frieden, der Kraft, dem Leben, der uns alle navigiert, persönlich und als Gesamtheit. Lassen Sie sich mitreißen und erleben Sie diesen Tag erneut mit uns. Eine Kooperation von OCG, Kla.TV, AZK, S&G, Panoramafilm und mehr. Ich bin Ivo Sasek, der seit 46 Jahren vor Gott steht und ich liebe euch, meine Freunde. Vielen Dank.